Was ist eine Yoga-Hose? Eine Yoga-Hose ist eine eng anliegende, flexible und atmungsaktive Hose, die für Yoga und andere körperliche Bewegungen konzipiert ist. Neben dem Yoga ist sie besonders für Kampfsport, Tanzen, Aerobik und Pilates geeignet. Für wen sind Yoga-Hosen geeignet? Yoga-Hosen können von jedermann genutzt werden. Es gibt sie in allen möglichen Ausführungen mit unterschiedlichen Schnitten, Größen, Mustern und Materialien. Was kostet eine Yoga-Hose? Yoga-Hosen sind in diversen Designs, Größen und Schnitten erhältlich. Die unterschiedlichen Hosen haben je nach Modell und Marke einen anderen Preis. Wo kann ich eine Yoga-Hose kaufen? Yoga-Hosen können in fast allen Sport- und Kleidergeschäften gekauft werden. Sie sind zudem in einer Vielzahl von Online-Shops zu finden. Welche Alternativen zu Yoga-Hosen gibt es? Beim Yoga können grundsätzlich auch andere Sporthosen getragen werden. Was zeichnet Yoga-Hosen aus und was sind dessen Vorteile und Nachteile? Yoga-Hosen sind die klassischen, eng anliegenden, funktionalen und flexiblen Yoga-Hosen, die es in allen möglichen Farben, Mustern und Designs gibt. Was zeichnet Lounge-Pens aus und was sind dessen Vorteile und Nachteile? Lounge-Pens entsprechen den ursprünglichen Yoga-Hosen. Sie sind weit geschnitten, nicht eng und erinnern an die klassische Jogging-Hose. Was zeichnet Yoga-Shorts aus und was sind dessen Vorteile und Nachteile? Yoga-Shorts sind nichts anderes als kurze Yoga-Hosen. Sie kommen häufig im Sommer bei hohen Temperaturen im Outdoor-Sport zur Anwendung. Meine Yoga-Hose rutscht. Was soll ich tun, wenn deine Yoga-Hose runterrutscht? Kann es gut sein, dass diese zu klein oder zu groß ist? In beiden Fällen kannst du nichts anderes tun, als dir eine neue Yoga-Hose zu kaufen. Wie kann ich eine Yoga-Hose selbst nähen? Es gibt auf YouTube eine Vielzahl von Video-Anleitungen dazu, wie du dir deine Yoga-Hose selbst nähen kannst. Wo finde ich ein Schnittmuster für Yoga-Hosen? Online findest du einige verschiedene Schnittmuster für Yoga-Hosen in allen verschiedenen Designs und Arten. Diese sind allerdings im Normalfall kostenpflichtig. ! Wisst2